Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn unser Servlet statt HTML mal XML zurückliefert. Dazu müssen wir hier diesen MIME-Type ändern und der ist im Fall von XML tatsächlich Application, auch wenn es ein lesbares Format ist, Application XML. Und dann schreiben wir hier einfach für diesen Text einen Ersatz rein. Wir können natürlich jetzt hier noch Style-Informationen und so weiter assoziieren, das lassen wir mal. Wir schreiben jetzt hier nur einfach ein einzelnes Tag Greeting und jetzt kommt hier unser Hello World rein. Danach müssen wir das Tag natürlich sauber wieder schließen, jetzt sollten wir wirklich sauberes XML schreiben und schließen auch das XML wieder, speichern das ab. Jetzt wird hier unten auf unserem laufenden Tomcat-Server wieder neu deployed und jetzt ist das durchgelaufen. Jetzt können wir wieder unseren integrierten Browser hier nehmen und rufen das ab. In diesem Browser hier sehen Sie jetzt erstmal gar keinen Unterschied. Es ist halt der Eclipse-integrierte Browser, der erweist sich oft als praktisch, aber nicht immer. Und dann können wir aber jetzt, um zu validieren, dass wirklich hier XML angekommen ist und dass der Browser nur sehr gutmütig ist in der Anzeige, uns mal den Quellcode anzeigen lassen dessen, was denn hier kommt. Da öffnet er jetzt einen externen Editor dafür und da sehen Sie auch, dass genau unser XML angekommen ist. Im Webbrowser hätten Sie dann so eine rudimentäre XML-Darstellung. Diese rudimentäre XML-Darstellung, die sähe dann wie folgt aus. Dadurch, dass ich eben gerade keine Style-Informationen verknüpft habe, wird hier der Quellcode im Browser angezeigt. Da sehen Sie also, dass der Browser mit manchen Formaten nicht so gut zurechtkommt. Das wirkt sich dann noch mehr aus, wenn Sie Application JSON schicken.